Moin moin und da sind wir wieder. Diesmal in Ascalon, um genau zu sein, im Dizia Plateau. So, was wollen wir machen? Mal Holz vor die Hütten bringen. Das wird ein bisschen eine Suche, weil man kann auf der Karte direkt ja nicht sehen, wo denn jetzt Holz oder sowas anderes liegt. Kräuter sehen wir hier ganz viel. Ich sehe Mineralien, aber immer noch kein Holz. Zwiebeln. Sieht nicht gut aus wie mit einem Holz vor den Hütten. Ja, irgendwie nicht. Die Valdi, die hat halt da nicht so... Wobei den Namen da eigentlich was anderes. Ja, 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 ja. So, komm hier. Bärchen, kümmere dich um. Da, Schweinchen. Da oben ist Holz. Ja, ich hab auch mal so gesehen. Ja. Da, da, da ist Holz. Mit welcher Tasse konnte ich noch mal rennen? Wir rennen. So, Gummischöss legen. Jetzt wieder muss mir da... Drei von zehn Holz... Ah, okay. Alles bringt drei raus, dann sind wir gar nicht mal so schlimm dabei. Hier gibt's einen kleinen... Boss oder so. Champion, Separatistenanstifter. Den nehmen wir mal mit, wenn wir schon hier sind. Asmodee muss man ja auch mal vernünftig hier... Mal kämpfen und nicht nur immer durchlaufen. Ne? Komm schon mit. Ach, da. Jetzt geht's hier durchs Tor. Oh, ja. Unterstützen wir den kleinen Waldi hier. Und die haben da anscheinend Bauern geopfert. Wo ist denn der Champion? Da vorne. Das ist auch Schurke. Ach, da. Na, da haben wir ihn. Und Digi, der steht hier einfach nur rum. Der schaut zu. Jupp. Ne, ich steck gerade meinen Monitor hin. Ja, ja. Du hast doch die letzte Aufnahme ohne Monitor gemacht, ne? Ja. Alles nur mit Gehör. Oh, doch. So ziemlich. Ich glaube nicht, dass du da noch redest. Du musst doch hinter dem Gegner stehen. Warum dreht er sich immer zu mir? Das ist doch doof. Das funktioniert das mit meinem Schaden nicht. Das funktioniert das mit meinem Schaden nicht. Das funktioniert das mit meinem Schaden nicht. Jetzt ist er erst mal. So, jetzt ist er da. Bei so einer Truhe. Jo. Ja. Jetzt er weg. So, weiter Holz suchen. Bestick die Geldbörse zum Öffnen. Was ist da drin? Was ist denn da vorne tot? Ein Spieler. Ja. Niedstein. Einfach den mal wieder hoch. Sachen, die ich gar nicht kenne. Und einen orangenen Lederbeutel. Fünf Plätze. Olli, brauchst du noch was fürs Inventar? So fünf Plätze? Ne, leider nicht. Ich brauche ganz viel Edelsteine, damit ich mir zusätzliche Plätze für Rucksäcke kaufen kann. Ach, gar kein Thema. Wenn du das so sagst, kannst du ein paar Edelsteine haben. Ja, super. Stimmt, du hast ja so viele Zinsen bekommen, ne? Dass du dir deinen Charaktertransfer leisten konntest. Ey, ist echt zu geil gewesen, ne? Ich könnte das ja auch noch feiern, wie du sagst. Das war nicht die Geschichte dahinter, warum der Asmodee ewig nicht mehr dabei war. Eine Zeit lang nicht gespielt und dann das letzte Mal auf einem amerikanischen Server gewesen. Nach der Aufteilung, dass man dann nicht mehr so gut wechseln konnte, das ging am Anfang von Guild Wars 2 besser. Als The Luxed Edition durfte man frei wechseln. Einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich. Bin mir nicht mehr sicher. Ja. Das ging dann nicht mehr. Dann warst du gefangen. Genau. Bis ich dann nachgeschaut habe, was so in meiner... Also bis ich dann einfach mal auf dem englischen Server weitergespielt habe und geschaut, was so in... Ja, ich sag mal so, was ich so verkauft habe, bevor ich aufgehört hatte zu spielen. Und da waren dann einfach mal ein paar hundert Gold, die ich dann umsetzen konnte in Edelsteine zum Transfer. Tja. Und wie teuer war das? Das geht dann, wenn man reinfarm war. Hast du ungefähr umgerechnet mal? Wie teuer das ungefähr war? Ich bin mir nicht mehr sicher, was das war. Das ist jetzt ja auch schon wieder vier Monate her. Ich musste... Letztes Mal, als ich nachgeschaut habe, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, ob man das finanzieren sollte, könnte. Das waren dann etwa zehn Euro. Also kann man finanzieren, aber für einen blöden Charakterwechsel, wo du nichts rauskriegst an sich. Außer natürlich mit dem besten Guild Wars 2-Player schlechthin zu spielen. Ich meine nicht dich, Digi, tut mir leid. Sondern nicht. Ja, mit dir selbst kannst du immer spielen. Solange deine Freundin nicht da ist. Jo. Auch wenn die da ist, gar kein Thema. Und dann in die Stube kommen und sagen, hier, guck mal, das hast du verpasst, ne? Genau, bevor ich den schrabbigen Wochen anfasse, denke ich mir besser, ja komm, nimmst du lieber selbst in die Hand. Ja. Zum Glück wird die das nie hier hören. Nee, meine guckt, meine Videos auch nicht. Wie gut. Ja, Schwein gehabt, ne? Bis dann irgendwann ein Video weitergeleitet wird. Ja. Du. Und dann kriege ich nur noch die Kommentare, warum machst du kein Let's Play Together mehr? Ja. Mit den anderen beiden ist was Böses passiert. Sagen wir mal so, die haben ihren Meister gefunden. Ja. Ähm, Olli, suchen wir gerade wirklich in einer Felsklippe nach Bäumen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Aber auch wenn das Spiel sonst nicht unbedingt das Logischste ist, aber Bäume in einer Felsklippe. Mal ganz ehrlich. Ich sag dir, ich bin hier gleich ein. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ich wurde hier reingeleitet. Findest du hier Kräuter und was weiß ich, aber... Wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist ein Grawl-Veteran-Plünderer. Machst du denn da? Ey, keine Ahnung. Ich bin hier in so eine Feldspalte gelaufen. Ja, ja. Wieder irgendeine Spalte gewesen und da muss dann rein, ne? Ja. Exakt so war das. Wo ist denn der jetzt hin? Er ist tot. Kein Sammelwerkzeug. Ich hoffe, ich habe jetzt dann doch noch... Äh, Spitzhacke. Da. Eine goldene Grawl-Foto. Seitdem das nicht mehr Dailies ist, immer wieder zu sammeln. Also nicht so wie bei dem alten Daily-System. Vielleicht braucht man viel weniger davon. Ja, hier kommt man ein bisschen dran vorbei. Kann man auch automatisch einlagern, die Sachen? Ja. Ja. Inventar ganz oben bei dem Zahnrädchen und dann alle Materialien lagern. Ah, schön. Kann man das nicht vollkommen automatisieren? Ne, leider nicht. Also 250 ist uns, glaube ich, wieder, die man dann sammeln kann. Und hier haben wir Holz. Siehst du, ich habe euch durch eine gute Spalte geführt. Ja. So machen wir das nämlich. Denn am Ende... Vor allem Spalten warten wir dann das Holz. Du meinst den Eichenherz, äh, Eichenherz-Veteran meinst du als Holzfälle. Genau. Da sollte genügend dran sein. Ja, da kannst du auch ein paar Mal öfter reinschlagen. Guck mal hier ins... Guck mal. Guck mal. Guck mal, gerade doofe Sprüche mir einhacken und zu machen, aber... Wir wollen ja die Sache nicht erst, dass die bei Youtube, äh, weiß ich nicht. Ja, sparen wir uns das. Wir wollen hier keine FSK vorkriegen. geht auch nicht das hier ist alles kindergerecht so dann machen wir einen kleinen cut und sehen uns dann in löwenstein wieder für die mystische schmiede bis dann tschüss moin moin da sind wir wieder und zwar zum löwenstein bei der mystischen schmiede wir haben sie glaube ich schon mal benutzt aber sonst ja fast nie im moment nein ich will nicht mit der mutenschie sprechen ich will hier das ding verwenden so ein rezept hat gerade mal ein vögelchen gezwitschert war ein ziemlich schweres vögelchen ja so noren sieht nicht leicht aus tut mir leid so was braucht man dafür also die drei typen der verwertungskits abgesehen von dem ganz miesen also edles meister gesellen und drei steine der mystischen schmiede was kriegt man daraus mystisches wiederverwertungskit was macht das 25 prozent chance seltene materialien 80 prozent chance aufwertung zurückzuhalten ups ich weiß jetzt nicht wie viele aufladung das hat belohnungen 250 kannst du das mal verwenden das kann gut sein und ja schöne daily sind jetzt abgeschlossen da braucht man ja dann nur drei dinge absolvieren dann hat man da schon fertig so mal sehen kann ich hier noch was daraus basteln weg habe ich davon genug zwei kann ich den kram hier mal vor uns mal sehen was daraus wird ja noch mal müll davon werde ich sicherlich keine drei kamen so sehr schön dieses kit hat wie viele aufladungen haben wir stellen wo haben wir stellen jetzt entdecke ich dieses blöde kit nicht da ja 52 das ist doch in ordnung und so von den chancen etwa wie besser als geselle fast auf meisterlevel also für den kleinen kram nehmen wir jetzt aber den den normalen wiederverwertungs ding und ich habe schon wieder zu viel silber das ist aber kein problem das wird demnächst dann weiterverarbeitet so hier gibt es dann wieder einen kleinen cut und wir sehen uns auf der nächsten karte wieder lasst euch überraschen bis dann um